Ja, ich war schlussendlich in einem schwierigen Spiel. Es war schwer. Ich denke, wir haben bis zum 1-0 sehr gut gespielt, 15 Minuten. Wir haben sehr gut gespielt. Und dann hatten wir danach zu viele Abspielfehler, viele Ebenen konzentriert. Und dann haben wir noch sehr viele Probleme gebracht. Und wir haben uns die Probleme gemacht und wir haben uns die Probleme gemacht. Und das hat dann auch nicht aufgehört. Das ging bis zum Schluss so weiter, dass wir vorne unsere Möglichkeiten nicht genüttzt haben. Und hinten dann halt immer wieder mal Gefahr entstehen kann, dass dann vielleicht trotz wenig Chancen vom Gegner passieren kann. Und dann haben wir... Und dann haben wir... Und es ist für uns wichtig, dass wir weiter... mehr Konzentration von Blatt-Spring, dass wir besser mit dem Fußball spielen können. Also war nicht schlecht, aber wir müssen noch besser sein. Wir müssen mehr arbeiten, die Zeit, die vorhin, auf der Norte der Tarkiis. Und wir haben eine Kurse mit ihnen besser. Aber es gab einige Lägerungen im Gespräch. Und es gab keine Lägerungen im Gespräch. Es gab keine Lägerungen im Gespräch. Aber es ist keine Kurse, die ich möchte. Und ich möchte, dass sie hoch sind. Und das ist grundsätzlich die Konzentration verantwortlich. Und dann ist natürlich jeder Spieler auch für sich verantwortlich. Dass er versucht, das auf Platz zu kriegen. Und diesen Fokus hat dann die 90 Minuten. Und die Probleme der Tarkiis war heute Abend. Und sie war ein großer Teil von der Leibniz. Die Probleme der Leibniz. Und die Leibniz. Alle Leibniz. Die Leibniz. Die Leibniz. Die Leibniz. Und die Leibniz. Und die Leibniz. Und die Leibniz. Aber die Leibniz. Das ist ein 1-0. Und wir freuen uns darüber. Und das ist natürlich das wichtigste. In der Endeffeneinander, die Leibniz. Und ich bin schwer für den Befehl. Wir haben den Befehl. Und wir die diesem Röping. Wir haben ihn geschickt, um sie sehen. Wir sind die Sozial Signale. Aha, kann man einen Damen und Herren.... Das ist nun hiere Phissions. Justin, Saddamnel Die erste Frage ist, ist es vielleicht der Grund, warum die Spieler heute nicht so gut gespielt haben? Oder das ist das vierte Spiel für dich dann mit Al-Ahli, dass sie heute nicht so präsent waren oder nicht gut gespielt haben. Das hat damit zu tun, dass die Spieler über das Spiel gegen Samalik im Supercup dann Gedanken darüber machen oder konzentrieren sich auf das nächste Spiel. Und deshalb waren sie heute nicht so ganz konzentriert. Und die zweite Frage, waren deine Wechsel heute, haben dann auch damit zu tun als Vorbereitung für das Spiel gegen Samalik im Supercup? Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Also meine Aufgabe ist so, ich bin immer so, dass ich von einem Spiel zum anderen schaue. Und jetzt nicht schon das Spiel Samalik, das habe ich bei meinen Vertragsunterzeichnungen schon gehört. Und dann habe ich gesagt, okay, aktuell interessiert mich das nicht. Das erste Spiel, das nächste Spiel ist das wichtigste. Ich habe ich zu diesem Geld ge Pokemon gemacht und habe wissen, was ich Dinge tun. Also viele Menschen재lerin sein in anderen Schaue? Aber ich sehe für mich, ich bin immer noch imperF tut. ich nehme mich nicht in die anderen Schaue oder eine dritte Stelle vorstellen, das legendary passiert am Anfang der doge Atlantic einer brutalen Grenze. Und heute gibt esekiere Geburtstelle, da die Menschen von zehn WochenRY, hier sind stattdessen über die Jahreарl zurück. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dachte,rif Buncy preocuнит denn im nächsten BIG Fall? Ich habe immer noch eine andere ugly Coke und es im вокруг. Ich habe die Fehler,arbe wieder kemmt. Die Wechsel hat nichts mit dem zu tun, sondern wir haben ein großes Kader und ich wollte auch mal den einen oder anderen sehen. Und ich glaube, es ist gerade gut, wenn man natürlich viel laufen muss oder auch die Offensiv-Spieler, die viel unterwegs sind, viele Wege machen müssen, dass die dann ab und zu mal eine Pause haben und dass sie dann vielleicht im nächsten Spiel wieder frisch sind. Vielen Dank. Es ist der Wechsel von Aljen Diyang. Hat das damit zu tun, dass er viel Missboss gemacht hat, also viel Feste gemacht hat? Nein, also auf der einen Seite hat natürlich Aswan gut verteilt. Das haben sie im letzten Spiel eigentlich auch schon gemacht. Da sind gut gestanden, haben aber jetzt heute auch. Dann natürlich, wenn es 0-1 steht, hast du immer wieder die Hoffnung, dass du vielleicht dann auch ein Tor erzielen kannst. Sie sehen, dass sie dann auch nach vorne gekommen sind, und das ist dann immer alles möglich. Ich glaube, es ist immer alles möglich, dass ich den Ball für diese Füße habe, bis dann das Tor schießt. Das ist eigentlich das, was man mit dem Eindemus. Und das ist das, was ich nicht möchte, dass ich mich immer unterhalten habe. Und das ist das, was ich nicht möchte, dass ich mich immer unterhalten habe. Ich möchte, dass wir die Matsche mit Badry und wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Und Ali Yeng hat, also nicht jetzt, weil, vielleicht bin ich jemanden, weil er nicht ein Problem hat, sondern hat der Problem hat nichts. Er hat nicht nur einen Schaden, sondern er hat eine Schadenung im Hintergrund. Ich wollte keine Schadenung machen, und ich wollte nur einen Schadenung machen. Ich wollte nur einen Schadenung machen, aber ich wollte nur einen Schadenung. Aber ich wollte nicht nur einen Schadenung machen, sondern ich wollte nur einen Schadenung. Ein großer Unterschied zwischen dem Niveau bei Ismaili, also unserem Niveau bei Ismaili und heute. Gegen Ismaili hat man dann sehr aggressiv gespielt, hat man dann viele Chancen kreiert. Bis er dann in der zweiten Halbzeit, dann hat er ein Tor geschossen, dann war er ein bisschen auch lockerer. Heute, genau wie Sie gesagt haben, dann die ersten 15 Minuten hat er sehr gut gespielt, und dann nach 15 Minuten haben die angefangen auch dann nachzulassen. Dieses Problem hat den Ahli seit zwei Jahren, das ist nicht neu. Und hat den Ahli zwei Meisterschaften gekostet. Deiner Meinung, was ist der Grund für dieses Problem und welche Lösungen? Es ist Mentalität, Einstellung, es ist Zuverlässigkeit, es ist dann, dass die Spiele müde sind. Heute können wir über das Samalik-Spiel fragen, da es dann das nächste Spiel ist. Und bei Samalik geht es nicht, dass man sich nicht voll konzentriert und nicht alles gibt beim Spiel. Ja, also es gibt natürlich immer solche Bespiele, also Sie sind dann noch nicht so lange zusammen. Die Saison hat erst angefangen, wenn wir schon müde werden, dann... Die Saison hat erst angefangen, wenn wir schon müde werden, dann... Und ich habe noch nicht mehr als in der Lage, dass ich die Spiel zu wissen, dass es nicht gut ist. Und ich habe schon gehört, dass ich von diesen Problemen gehört habe. Und ich habe schon gehört, dass diese Probleme über das Problem gemacht habe. Und ich habe ja gehört, dass sie über die Probleme haben. Und ich habe das natürlich gehört, dass das nicht gut ist. Und ich habe mit dem Spiel zu reden, dass ich mit ihnen mit denen gesprochen habe, Es wird ein 0,1 oder 1,0 und dann wird der Gegner-Rimitte offen sein, dass der Fleisch-Tänke ausblüht.